Noch 20 Sekunden, ausspielen oder früher vor. Frasier, versuch mit dem Dreier. Frasier trifft den Dreier. 15 Sekunden vor Spielende. Führung Bonn, Goldsberry. Ersten. Noch 9 Sekunden, Bonn führt hier, pull it. Die Ardland Dragons müssen treffen. Die Unleunters, macht ihn nachfassen, auszeit Bonn. Es werden die Bolle, diesen letzten Korb, nehmen sie hier dieses Spiel weg. Davis, zieht durch, Meyer Davis, macht ihn, Meyer Davis, macht den Korb und gewinnt hier das dritte Spiel in der Ardland Arena. Die Rei.